hallo entdecker freunde neulich habe ich euch gezeigt wie eine kerze brennt und erklärt dass die kerze nur außen brennt da wo luft an den wachsdampf kommt also müsste die kerze im innern kalt sein und nicht brennen dazu habe ich mir einen kleinen trick überlegt wie ich das vielleicht zeigen kann und der geht mit einem drahtgitter mit einem drahtgitter wird die kerzenflamme sozusagen abgeschnitten oberhalb des gitters brennt die flamme nicht mehr da steigt nur noch wachsdampf und ruß auf das liegt daran dass die verbrennungswärme durch das drahtgitter abgeleitet wird und die zündtemperatur nicht mehr erreicht wird aber wenn man genau hinschaut sieht man tatsächlich dass die kerzenflamme innen nicht brennt sondern man sieht wenn man von oben aufs gitter schaut einen gelben ring und eine dunkle stelle im video erkennt man es nicht so schön aber vielleicht macht ihr das experiment mal nach zum beispiel mit einem kleinen teesieb aus metall schaut beim nächsten mal wieder zu nächsten sonntag gibt es neues experiment abonniert den kanal und drückt die glocke dann verpasst ihr das auch nicht tschüss